Was ist sichtbarer, um das Zeug zu verkaufen? Mal mal ein Foto! Mal... von euch beiden! Was trinkst du denn eigentlich? Warst du mir auf der Samenbank, oder was? Ja, genau! Warst du auf der Samenbank? Ich möchte mal dazu! Ich würde mir das noch mal überlegen. Was meinst du denn? Das ist doch alles cool, wie die ist vorhanden. Ja, du musst nur bewegst. Was ist denn? Ja, das ist so... Ja, das ist so... Das ist doch geil! Ich hab mir gedacht, ich muss da hochstehen! Aber guck, was passiert! Franz! Was ist hier ein Casting für den Mühlgarten? Von der Leber-Casting! Ein von der Botschaft! Bier wären wir schon! Ja, das ist ein bisschen... Ja, das ist ein bisschen... Das ist der Harbill... Führt er jetzt Bier ein? Nicht Wund? Ich bin jetzt gern so... Kann ich so... Kann ich so... Kann ich so... Kann ich so... Was ist jetzt los mit eurem Business? Stuart! Jetzt ist DAX! Jetzt ist DAX! Herr Pörser! Oh Gott! Servus! Oh, Herr Pörser! Hey, Jungs! Können wir nicht überreden! Das ist hier lieber Gas! Das ist gut! Ich hab' auch hier von 1 zu 2... Ist okay! Aber ich hab' mich gestressigt! Und dann... Oder hüpft uns wieder auf Reis! Oh, ich werde da nicht kaufen! Nice! Ah! Einmal! 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 Bis jetzt! Wir haben ja schon mal einen! Wir haben ja den Gefallen, Herr Wien! Das ist der Spannende Erfolg! Fischig! Ja, 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 ja... Ich bin nicht so schreckt! Ich freu mich nicht! Ich bin ja lecker! Schau kurz! Also, eine leichte... Nehmei, mei, mei! Also, ich kann das ja nicht mit den Händlern! Danke! Du kannst die Händlern! Dann nimm die auch! Gut! Handschuhe anziehen! Marisa für Gruppensechs! Marisa für Gruppensechs! So, jetzt bin ich selber! Danke! 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 Bitte schön! Danke! Was? Passt! Was? Jede Minute macht 50 frei. Wir kriegen Filmrechten.